Liebe Fahrgäste, der Zug verkehrt nun auf der Albula-Linie der Rhettischen Bahn, welche zusammen mit der Bernina-Linie in die UNESCO-Welterbe-Liste aufgenommen wurde. Damit ist die Rhettische Bahn weltweit erst die dritte Eisenbahn, welche von der UNESCO das Welterbe-Label erhielt. Auf 122 wunderschönen Kilometern zwischen Cusis und Tirano führt die Strecke über 196 Brücken und durch 55 Tunnels. Ladies and Gentlemen, the Albula and Bernina stretches of the Ration Railway have been added to the UNESCO World Heritage List. This means that the Ration Railway is only the third railway in the world to receive the World Heritage Label. For 122 wunderschönen Kilometern from Cusis to Tirano, the line takes us over 196 bridges and through 55 Tunnels. ls3 doa Vielen Dank.